mal ne aufnahme ach so wir sind schon hier über uns war keine chance ist nur die glaube sie kommen jetzt über mir also ich helfen kann ich dir nicht ruhig versuche irgendwie noch eine waffe zu bekommen dirty bierschiss haben wir dabei hier sind sie sie kommen bei mir unten wo die munition ist kommen sie rein ich zieh mich erst mal zurück sitzen drei leute gewesen unten sind ja ja die sind aber wieder reingesprungen aber ich kann sie nicht pushen weil ich so eine langsame waffe habe einer ist gerade hier bei mir rein gerannt das ist ein gegner das ist ein gegner ich dachte du bist es ich habe ihn k.o. sehr gut muss man einfach nur noch töten ich kann nur dann wieder bei euch ich dachte das ganze team hier aber einen habe ich noch mitgenommen den anderen wieder k.o. gehabt dumm arschloch die sind jetzt alle beim shop da unten hört doch mal auf mich zu schießen prösen sind sie da habe es beobachtet einfach hoch hier einfach hoch hier prüsen prüsen lande auf dem dach robert nicht so lange überlegen einfach hier landen wir brauchen dich wir brauchen jeden mann ich bin jetzt oben die bierschüsse wird gejagt geben wir oben lang oder unten bin denn dazwischen neben ich habe hier eine waffe für dich ich komme herzschlag ist so ruhig ich lege hier draußen noch eine platte hin sehr gut ich mag das hier eigentlich nicht so in dieser zwischen ihnen um ehrlich zu sein jetzt sind sie beide tot oder herzschlag ist ruhig ich habe hier eine mp ach so und das ist scheiß loadout drop ist da hinten irgendwo am arsch der weltmarkt dort die bierschüsse ist schon wieder rausgegangen also so ein idiot ich habe hier unten lang sollten wo ist denn er erst beim loadout tatsächlich oder riskieren er ist auch aus gut er leute wenn er halt immer überall hinlauft deswegen ein anschaut man erst mal mark ersetzt erst mal erst mal kurz guckt was die anderen machen schritte schritte zwölf meter das war es hier für uns bei mir unten bei mir auch einen habe ich ko einen habe ich auch ko bin aber tot ich habe einen ich kann es dir leider nicht markieren drei meiner wurde wiederbelebt klar hau erstmal ab robert ich verstecke mich hier gerade ich hoffe die an keinem herzschlag sind vielleicht doch er kommt ziemlich zielgeschnack ich bin wieder da sehr gut ich bin gleich tot glaube ich ja ich versuche ich versuche noch mal auf dem dach zu landen aber ich glaube nicht dass ich es lange schaffe da vorne sind sie alle ok da so ich habe wurde schon beschossen von einem ok gut ich habe jetzt einfach mal auftrag genommen dann versuche ich mal zu dir zu kommen wahrscheinlich werde ich sterben auf dem weg dahin habe ich probiert irgendwie lock sie an ich hau sie mit am besten durch die doppeltür kommen und vier krach machen da wo die waffe liegt die ich dir gerade markiert habe wo bist denn du auch unter mir auch da bist du ach da Tür war gerade eben noch nicht offen ich war das ja ich war das ich komme ok ich habe halt nur eine Schrotfinder und Raketenwerfer ich kann dir eine FFR geben ist zwar jetzt wenig Muni drin aber besser als nischt erstmal ja das ist doch eine Ahnung ja dann warten wir hier der Herzschlag ist ruhig können wir erstmal den Raum hier sichern und dann müssen wir wir haben ja sowieso nicht wir haben ja sowieso nicht genug irgendwie ja wir können jetzt ja das wäre das einzige Schlussverkauf hier ich gucke mal ich gebe mal von hinten ein bisschen Deckung dass da keiner kommt ich gucke mal ob ich jemand mit dem Raketenwerfer vielleicht einen vertöten kann ok ich halte die Tür im Blick hier wir lassen uns gleich das Beste draus machen ach dann nehme ich die Schrot hier noch mit ich finde es auch immer zum Kotzen dass die dann halt direkt rausgehen ich verstehe es auch nicht ich meine klar manche haben ja keine Geduld die wollen nicht warten ich finde es dann auch immer doof zu warten ja aber das ist ja gar nichts auf jeden Fall wartest du weniger als wenn du eine neue Runde startest definitiv und das ist halt auch das ist halt Rebirth ne also da lässt man sich ja drauf ein dass man drauf geht kommt man wieder rein schnell das ist ja der Sinn der Sache ja zumindest und viele andere auch aber neun Ziele sind noch auf den Ball ich meine viel sind es ja nicht mehr sind noch acht Gegner jetzt ja aber zwei volle Teams sind es noch also wir müssten eigentlich warten bis die sich gegnern ja auf jeden Fall wir müssen uns neben was übrig bleibt dann alles okay funktioniert es mit dem Fire Stick ich glaube also ich glaube eher dass es nicht funktioniert aber ich drücke dir die Daumen was willst du es denn machen da gibt es so für den Fire TV Stick kannst du dir Apple TV oder sowas draufziehen ja und da gibt es halt weder für ein App für den Fernseher noch für jetzt unseren neuen Receiver ah ok und Sky wir haben jetzt diese Sky Queue 11,9 Meter übrigens hinter uns wahrscheinlich oben mhm über uns ich glaube von da ist nämlich gerade eine Rakete gekommen ja also hinter uns kommt keiner ich hab mal ne täuschtgranate überhoffen über uns ist der vier Leute direkt vor uns auf dem Dach wahrscheinlich vier Leute ein ganzes Team aus neue Sicherheitszone gefunden eventuell ist vielleicht auch gar nicht so dumm hier hinten raus durchs Gas dann husten wir zwar aber das war da rechts raus kommen aber ich glaube wenn wir hier vorne aber da haben wir glaube ich sind wir gesundheitlich schon so angeschlagen ja das könnte schwierig werden stimmt oder hier vorne rausspringen da unten ist einer das ist ein Gegner die befringen sich gerade da ist das Ökoname noch aber wir müssen warten wir müssen jetzt hier rausspringen und dann unten und dann rechts lang am besten rennen die werden wahrscheinlich ne Gasmaske haben und das dann sowieso gleich kriegen die haben halt komplett Loadout und alles ja mhm ich geh mal hinter uns naja wie erwartet ich hab ihn nicht mal mehr K.O. gekriegt ich hab ihn nicht mal mehr K.O. ich hatte noch also ich hatte ein K.O. aber ich hab ihn nicht tot gekriegt ach unten war der yes da ist er noch bam a lamb sehr gut unten war der sogar ich dachte der ist oben uns hinterher gesprungen ne der war genau hinter dir unter diesem Vordach hat der gewartet genau ach so dann war der okay ja naja gut zu zweitem dritter Platz kann man jetzt nicht meckern unbedingt ich hab dich ich hab dich so schieb schieb